Schönen Abend von mir, eine tolle Mondschau, tolle Waldviertler-Mode aus Weitra, also wie er sich was gefunden hat. Ihr habt gesagt zu einem Freund von mir hinten, egal was man nicht gefunden hat, aber ein paar fäschige Tieren. Diesen Szenen wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, danke für die tolle Mondschau, es ist ausgezeichnet für ein Vorrat, war eine ganz tolle Schau. Das ist meine Formate und ich muss den Herrn Waldviertler rausschauen, das ist Waldviertler-Kultur. Danke für die Morte, frechst du dich, danke dir. Danke, Peter.